ja ist da unsere kleine hausmaus die sich hier im vogelfutter hier gut tut ja komm ab maus ab durch die mitte mäuschen wir machen jetzt nice futter rein du bist aber eine zutrauliche du bist ja eine zutrauliche er sagt da ist schön trocken und da gibt es jede menge futter für dich jetzt weiß ich wer da das ganze vogelfutter futtert jetzt ab durch die mitte nach hause hier ja wir lassen hier immer extra so ein bisschen gartenreste liegen auch schnittgut und äschte und holzscheite da sind dann im winter die igelmäuse und weiß der geier was hier alles schutz sucht drunter so jetzt gibt es aber erstmal noch nachschub an vogelfutter